Guten Abend, Herr Geigen. Hallo. Herr Geigen, ich habe es gerade schon betont, das Internet betrifft uns jeden Tag alle. Wir merken, wie gefährlich es auch ist für jeden Einzelnen. Hätte es nicht wirklich eines eigenen Internetministeriums bedurft? Oder sind Sie zufrieden, dass das nun im Verkehrsministerium angesiedelt ist? Ja, also das war lange im Gespräch, ob man ein eigenes Ministerium bauen soll, vor allem aufgrund der vielen Konflikte, die es immer gab zwischen den einzelnen Ressorts, die dann doch viele Fortschritte, die man hätte haben können, verhindert haben. Aber ich denke, jetzt mit der jetzigen Verteilung ist es auch ganz gut. Ich weiß nicht, ob der Verkehrsminister tatsächlich diese große Rolle innehat, die ihm zugeschrieben wird. Es kann ja auch durchaus sein, dass es da nur um den Breitbandausbau geht, denn viele der anderen der großen Themen sind natürlich auch in den alten Ressorts geblieben, in denen sie schon verankert sind. Datenschutz zum Beispiel beim Justizministerium, IT-Sicherheit nach wie vor beim Innenministerium. Die ganze digitale Agenda geht ins Wirtschaftsministerium. Das sind also die bekannten Ressorts, die das weiter vertreten. Das heißt, da gibt es dann eine gewisse Kontinuität in diesen Themen und in der Bearbeitung, aber natürlich dann auch wieder die alten Konflikte. Ja, eben, Sie sagen die alten Konflikte. Fünf Ministerium, die sich um ein sehr groß angelegtes, sehr komplexes Thema kümmern, aber da ist der Streit doch vorprogrammiert, oder? Absolut, ja. Vor allen Dingen müssen wir sehen, dass das Koalitionspapier natürlich unter dem Druck der NSA sehr viele Dinge reingebracht hat in diese digitale Agenda und auch in diesen Bereich IT-Sicherheit. Die sind ja getrennt im Koalitionspapier vollkommen. Da will man also sehr vieles umsetzen. Das ist erst mal sehr gut. Da sind also keine Wünsche offen, aber es geht jetzt natürlich darum, wie viel Geld dahinter gesetzt wird, auch mit welcher Expertise entschieden wird, was man dann macht. Da hat es natürlich immer sehr gehapert und auch in den unterschiedlichen Ressorts unterschiedliche Expertise gerade gegeben, würde ich mal sagen. Und dann geht es natürlich auch darum, wie man bei Streitigkeiten priorisiert. Darüber kann sich der Koalitionsvertrag natürlich jetzt nicht auslassen. Und einige Streitigkeiten sind da schon vorprogrammiert. Beispielsweise lässt sich der Breitbandausbau nur mit Komponenten, fast nur mit Komponenten von Huawei gestalten. Das ist ein sehr billiger chinesischer Anbieter mit massiven Sicherheitsproblemen, der in vielen anderen Ländern schon verbannt wurde. Und da kann man sich schon auf einen Streit zwischen dem Innenministerium und dem Verkehrsminister freuen. Ich meine, es ist ja allgemein ein Anliegen, dass endlich das Internet überall zugänglich ist. Also dieses Breitbandnetz, Sie haben gerade schon einen Konflikt angesprochen. Man kann diesem chinesischen Anbieter anscheinend nicht trauen. Ist das denn realistisch, dass das dann in den nächsten Jahren passiert? Weil es ist ja noch immer so, dass auf manchen Dörfern überhaupt kein Internet zugänglich ist. Ja, das muss man sehen. Das kostet natürlich einige Milliarden. Wie viele Milliarden, weiß keiner. Das klingt erstmal so ein bisschen nach Berliner Flughafen. Also man denkt, dass es ein paar Milliarden kostet und nachher kostet es drei, viermal so viel. Da müsste man sich natürlich genau vorher schlau machen und dann auch genau überlegen, ob es das wert ist. Und ob man nicht vielleicht andere Modelle findet, dass man da irgendwelche kabellosen Netzwerke einrichtet. Dann natürlich die ganze Bundesrepublik aufzugraben und da diese Kabel, die sehr teuren Kabelstrecken zu legen, das kostet sehr viel Geld. Ein großes Thema ist die Sicherheit. Jetzt hat man einen Staatssekretär für Geheimdienste ernannt. Ist das nur eine symbolische Geste oder hilft das wirklich was, dass die Bürger das Gefühl haben, sie sind nicht mehr ganz so sehr irgendwelchen Späraktionen ausgesetzt? Ja, ich denke, das ist vielleicht ein bisschen missverstanden worden. Ich denke, dieser nachrichtendienstliche Beauftragte wird mehr mit Spionageabwehr in den Diensten zu tun haben. Er kommt ja auch aus dem Verfassungsschutz, nicht aus dem Bundesnachrichtendienst. Der wird sich also nicht an die NSA wenden, sondern tatsächlich mehr versuchen, den eigenen Staat und den Geheimschutz besser vor Auslandsspionage zu schützen. Die technische Seite, der technische Schutz auch unserer Wirtschaft und unserer Bürger vor ausländischen Nachrichtendiensten, vor Spähversuchen, möglicherweise auch vor ausländischer Industrie, muss dann natürlich aus anderen Ressorts kommen, unter anderem aus dem Innenministerium, die die Technik dafür bereitstellen müssen und dann natürlich auch von unserem Datenschutz zuständigen. Aber da müssen doch klare Zeichen gesetzt werden. Bisher hatte man so ein bisschen das Gefühl, dass das viel zu wenig ernst genommen wird, wurde am Anfang so ein bisschen weggewatscht. Ach ja, ist ja alles gar nicht so. Jetzt weiß man, es ist so. Es gab einen Aufruf von über 500 Autoren und irgendwie auch das verschallt so ein bisschen. Da müssen doch jetzt mal konkrete Reaktionen von der Regierung her. Ja, absolut, das wünscht man sich. Aber gleichzeitig will die Regierung natürlich die transatlantischen Verhältnisse nicht belasten. Man weiß auch nach wie vor nicht so richtig, wie man da agieren soll, wie schlimm das überhaupt alles ist, wie betroffen man sein muss. Und da ist auch leider ein Manko in diesem ganzen Koalitionspapier und in den Ressortzuständigkeiten zu bemerken, denn die Außenpolitik fehlt leider. Wir sehen natürlich in vielen IT-Themen, unser Datenschutz zum Beispiel wird ganz stark von der EU flankiert. Die NSA-Affäre ist amerikanisch. Wir haben große Probleme mit Wirtschaftsspionage aus China. Das sind eigentlich alles außenpolitische Themen. Und wir haben ja auch Cyber-Abgeordnete jetzt zuständig im Außenministerium, die sich eigentlich stärker um diese Themen kümmern müssten. Und das fehlt leider in diesen Papieren völlig. Was sagt uns das Papier in puncto Vorratsdatenspeicherung? Ja, mit der Vorratsdatenspeicherung sieht es leider nicht gut aus. Es sieht so aus, als müssten wir jetzt doch mit einer kleinen, wie auch immer gearteten Variante der Vorratsdatenspeicherung rechnen. Denn CDU und SPD sind da leider beide nicht so kritisch wie FDP vorher oder die Grünen. Sicherheit der Bürger im Netz, das ist ein umfassendes Thema. Sind Sie da enttäuscht von diesem Vertrag insgesamt? Nein, ich denke mit der Sicherheit stehen sehr viele sehr gute Dinge drin. Auch richtige Schritte stehen da drin. Aber da kommt es natürlich darauf an, wie man die jetzt umsetzt. Da haben wir leider das Problem, dass da auch sehr viele Interessen eine Rolle spielen. Von großen Firmen, von anderen Gruppierungen, auch von Forschungsgruppierungen. Und man hat also schon jetzt im Hintergrund die Klingenwetzen hören, wo also alle ihre Unternehmen angeworfen haben, die Kommunikationsabteilungen angeworfen haben, um da jetzt möglichst viel dieser Themen zu besetzen und sich selbst nach vorne zu bringen. Das war in der Vergangenheit ein riesiges Problem. Große Lobbyistenverbände von Industrie und aus der IT haben eigentlich immer wieder Sicherheitsprobleme eher verursacht als behoben. Und auch da müsste man halt eben sehen, dass man möglichst unabhängige Entscheidungen treffen kann mit einer hohen Expertise. Und da müssen wir hoffen, dass also für diese Sicherheitsthemen eine entsprechend kompetente Regierung dann noch eingesetzt wird. Herr Geiten, was ist denn Ihre persönliche Vision von einer vernetzten Gesellschaft in der Zukunft? Also mein persönliches Modell, was ich gerne vorschlage, ist ein Umbau auf Hochsicherheits-IT in kritischen Bereichen. Das ist also etwas, was ganz klar erforderlich ist aus meiner Perspektive. Denn wir haben sehr viele, sehr große Sicherheitsprobleme, die auch immer größer werden, weil also viele Nachrichtendienste und organisierte Kriminelle gerade erst aufgesprungen sind auf diesen Zug. Und gleichzeitig hat man mit so einer Hochsicherheits-IT auch den Vorteil, dass man eigentlich keine Überwachung im Netz mehr braucht. Denn Akteure, die da noch gut genug sind, um solche eine Hochsicherheits-IT zu durchbrechen, die lassen auch keine Spuren mehr liegen, dass man die also mit Überwachungsmaßnahmen irgendwie fangen könnte. Das wäre also eine optimale Win-Win-Situation sozusagen für Freiheit und Sicherheit. Und das wäre so mein Favorit. Dazu kommt noch, dass wir in Deutschland diese Hochsicherheits-IT ganz hervorragend bauen könnten. Wir könnten also auch mit unserer Wirtschaft davon profitieren. Und das sollte vielleicht ein guter und gangbarer Weg für uns sein. Herr Geigner, wir sind gespannt auf die Entwicklung in diesem Bereich. Ich danke Ihnen sehr. Danke nach Berlin. Gerne.